Musik In dieser Situation nur die Latte, kein Tor. Powerplay-Situation nach 27 Minuten. Adam Naglic feiert das 1 zu 0. Sein vierter Saisontreffer, es ist der Kommen von Andy Sertic und Rob. Nach dem Rückstand ist Salzburg aufgewacht. Im dritten Drittel gibt es aber dann Eishockey pur zu erleben. Zunächst einmal Zagreb, Powerplay. 3 zu 2, Pascal Moran sieht. Weiter die Zagrepper und hier ist schon das 3 zu 2 durch den Ex-Salzburger Frank Benham. Musik Führungstor für die Kroaten. Und im Minutentakt die Torschancen und es ist eine Zweitore-Führung. Roby Sandrock wird wieder... forg? Ganz uns mit wegen der hackern totas ab. Stats-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus. Die Lay-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus-Tus.